Die Freiheit besser zu sitzen ist die Kunst sich bei der Arbeit wohl zu fühlen. Margarete hat es damals schon verstanden. Die Kunst sich bei der Arbeit wohl zu fühlen findet hier statt oder hier oder hier oder hier oder hier oder hier die Kunst sich bei der Arbeit wohl zu fühlen darauf kommt es an darauf kommt es an Die Kunst kommt von Können. 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 Untertitelung des ZDF, 2020